Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da sind wir wieder. Ja, lauf, Boulder, lauf, du schaffst das. Ich schau mich hier mal nach oben vorher. Was denn? Lass mich. Vielleicht schaffe ich jetzt die Herausforderung jetzt einmal. Ja, 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 yeah, ja, 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 ja. Brickdance, Brickdance, Brickdance. Und? Oh yeah. Ich muss mir den Pal aufschreiben, wo ich das habe, dann kann ich gleich das Thumpen entmangen. So, was wir noch hier machen. Besiege den Gegner ohne einen einzigen Gegen... Ach, das wird anstrengend. Und da war schon der Gegentreffer. Ich sag's doch. Ich sag's auch noch vorher und schon boom. Ja, ja, wir wissen's. Ohne Gegentreffer. Ist auch hingefallen. Das war ja süß. So close. Das war knapp. She's usually go up. Nein. Ach, Menö. Das Schild hab ich nicht kommen sehen. Mist, Mist, Mist. Egal. Aber das ist eine leichtere und scharfbarere als die andere, vorher ohne Treff, ohne den Boden zu berühren. So, ja, ich erschrecke ihn wieder, wenn er rumfliegt. Manchmal verstehe ich dieses Treffersystem nicht, weil jetzt war ich irgendwie... nicht in der Nähe von meinem Handy vibriert. Das kann warten. Moment. Immer diese Unterbrechungen. Jetzt störe ich ihn wieder. Meine Fresse! Jedes Mal drück ich drauf. Ich weiß, Schatz. Ja, aber dann trifft er mich trotzdem. Das hab ich vorher schon versucht. Ich krieg das hin. I'm going, I'm going, I'm going. Das find ich cool. Wir haben mich jetzt alles überrascht. Boom. Ich bin noch ausgewichen. Blöd. 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 Komm. Gut, lassen wir das, weil sonst städt sie es sich da ewig noch. Und das wollen wir ja auch alle nicht sehen. Es ist so schön, zu sehen, dass die Ratschen nicht gut ist. So. Holle! Das ist all you've got! Das ist all you've got! Das ist all you've got! Whee! Whee! Flowers! 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 Na gut. Hey! Hey, Boulder! Was geht? Ja, da war ich schon. Nicht ganz anscheinend. Yeah! Whee! So. Hallo! Punch! So. Hey! So, da fliegen wir jetzt mal her. Die kleinen Bücher, die kleinen Bücher. Wir wissen, Spoiler. Chill, Bruder. Chill. Nein, ich muss nicht helfen. Ich hab Zeit. Ich mach den Let's Play, Gottverdammt. Ich schau mir die Gegend an. Guck dir mal das an. Ist das nicht schön? Ja, ich komm ja schon. Meine Güte, Boulder. Jetzt sei doch nicht so spießig. Und das ist mein Vater. Spoilers! Aber nice view auch, ja? Die Bayonetta. Könnte das eigentlich jetzt das Finale sein? Hm. Hm. Das wäre wahrscheinlich knapp dran, ja? Da hätten wir noch einen Shop. Da haben wir noch ein paar Dinger. So. Ja, gucken wir noch vor allem in Rodan. In Rodan Shop. So schießt man dann die aufgeladenen Schüsse ab. Okay. Ja, wir wissen es, Rodan. Du bist toll. Ja, wir tun deine Filmsikon jetzt überbrücken. So, Technik müsste ich jetzt wirklich alle haben. Ja. Da habe ich jetzt alle. So. Und dann Schätze vielleicht. Das kann ich mir ja nicht kaufen. Nein. Hm. Ich werde mir jetzt ein paar It... Nein. Nein. So. Items. Ich werde mir jetzt diese Glocken wieder kaufen. Wieder. Auf ein Pro Kunde begrenzt. Gut. Dann kaufe ich mir noch ein Hexenherz. Geht sich das aus? Ja, Tatsache. Mehr Leben heißt mehr Leben. Und mehr Leben heißt... mehr Spaß. Rot-Grün... Achso, der Rot-Grün, der Schiss war ja der zum Wiederbeleben, oder? Genau, wenn man tot ist, dann wird man automatisch, kriegt man das wieder zurück. Ja, warum nicht? Kaufen wir uns eins. Scheiß drauf. Wir haben dort Geld. Falsch. Ah, es gibt ja keine Schüsse bei dem Genaus. Den können wir auch laden. Ah, Bounce. Ja, das sind schon viele Sterbeer. So, na gut, Boulder. Dann gehen wir mal rein. Sagen wir denen mal, Hallöchen. Hallöchen. Okay, wo sie gelacht hat. Baden Sage, right eye of the Overseer. The Umbra witch, left eye of the Overseer. Now, everything has fallen into place. Babynata, get out of... Baldr, das ist was ich dir. Ihre Chance an Revenge. Accepte das freiwillig. Das ist deine Revenge? Ist das nicht derjenige der Welt, der ihr Leben verletzt? Surely, das kann nicht alles, was du gesehen hast. Baldr! Die zwei von uns waren einmal ein einziger Mensch. Aber dieser halft sagte, dass er die Menschen auf die Wahrheit der Existenz bewirkt. Deshalb hat er unsere Heilige Macht und unsere sehr Wälder in zwei. Wir sollten uns blöden werden. Aber dieser halft... ...lecht hinter einem bestimmten Macht in sich... ... in order to protect the balance, die unsere Splitt gebracht hat. Ein Macht sovrannes Macht. ... zu freiwillig kontrollieren die Augen des Welt. ... zu freiwillig. Unfortunately... ... dieser hat eine ziemlich die Verkaufung gemacht. Wir hatten nicht die Macht der Verkaufung der Verkaufung... ... die sich als die Menschen präsentieren. Ich konnte nicht die Macht sovrannes Macht, um die Augen zu kontrollieren. So, instead... ... ich benutze... ... die Schmerzen von Menschen... ... um zu retrehen... ... die Macht von der Verkaufung... ... und all das bleibt... ... ist die einzige Macht... ... die ich noch nicht habe. Die Macht sovrannes Macht. Die Macht... ... die Macht... ... diese Macht im Inneren. ... die Macht, die Möge, die Möge, die Möge, die Möge, die Möge... ... und das war nur ein Wettbewerb. ... Wettbewerb... ... für dich zu werden. ... ... jetzt hat der Zeit... ... um unsere Macht zu werden... ... wieder mal eine. ... und für mich... ... um den Schmerzen, als Aesir. Herr Beseer, God of Chaos. Jetzt, meine bessere Hälfte. Es ist Zeit, um deinen Sovereign-Powern zu meinen Händen. Ich habe jetzt den Power, um die Augen zu kontrollieren, wie ich wünsche. Kann ich anfangen, von der richtigen Augen? Geh ihn, wenn es mich liefst. Er ist nichts, aber ein leerer Container für mich. Ich habe noch mehr Hilfe für ihn. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er ist dead! Okay, das heißt es anscheinend, äh, Boss-Fight. Äh, der ist, der ist doch, ich hoffe nicht, dass der nackig drunter ist. Ja, ja, der kann sich teleporten zu mir oder was? Autschie. Jetzt soll ich noch nicht Umbadzeit einsetzen, weil ich spare mir das noch ein bisschen auf, bis ich ein bisschen mehr Kraft habe. Ich mag die Patschen in diesem Spiel irgendwie. Ich mag nicht mehr. Putsch, 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 Putsch. Sie sind so overpowered in diesem Spiel, das ist unglaublich. Was war das? Was war das? Was war das? Wie cool, wie du fast jede Attacke mit der Pfeitsche abbrechen kannst. Das ist so cool. Ja, aber ich finde es trotzdem lustig. Die ist trotzdem sehr stark, die Pfeitsche. Pfeitsch. Ah, so ein bisschen Pixenkopf gesammelt. Damn. Oh, das ist die Schlange. In der Enden, du bist nur Mensch. Die Augen des Welt haben die Macht. Aber ihre Macht kam von einem Gott. Dieser Gott wird sehen, dass diese Macht zurückgekehrt wird. Und so wird es sein. 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 Und so wird es über diese Welt. Und so wird es sein. Holy fuck. Was das ist das? Hallo, Azur. Ich bin der Overseer von diesem Welt. Ich bin der Overseer. Ich bin der Overseer. Ich bin der Overseer. Die Freiheit des Menschen ist ein Schuss. Es ist eine wertvolle Illusion. Du musst nur mich beobachten. Meine Wille wird das in dem Universum sein. Die Menschen müssen nicht sagen, dass ihre Wille sein werden. Wir können unsere Welt mit unseren eigenen Augen. Eine Stattung des Menschen. Sie haben keine Ahnung, wie viel Turmöil und Gefühle Sie haben? Wir können nicht sehen unseren nächsten Schritt. Wir können sterben. Wir können sterben. Wir können sterben. Aber wir müssen immer nach vorne gehen. Das ist die Macht des Menschen. Bayonetta. Wir sollen das illustrieren. Los geht's! Los geht's! Los geht's! So, jetzt machen wir aber einen Schnitt. Wir sind jetzt ganz gemein. Kurz vor dem Endpass machen wir einen Schnitt. Ich bin so böse. Ich hab's heute mit meinem bösen Lachen. Egal Leute, wir sehen uns alle gleich wieder im nächsten Part. See ya, meine Freunde! Los geht's! 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 Los geht's!